Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Punktanalyse und zwar schauen wir uns an, was du tun kannst, wenn du von deinem Gegner attackiert wirst, wenn er ins Netz kommt. Und ich zeige dir heute eine einfache Taktik oder Strategie, die du anwenden kannst, wenn dein Gegner nach vorne kommt. Als erstes schauen wir wie immer einmal den kompletten Punkt und dann gehen wir in die Analyse rein. Das Video findest du wieder auf amateurtennis.tv. Lass unbedingt bei den Jungs da mal ein Abo da. Die machen wirklich coolen Content, gerade im Amateurbereich. Man kann sich so viele Bälle jetzt hier angucken und viele Situationen auch für sich dann auch adaptieren. Und genau deswegen gehen wir auch hier in diesen Situationen auch immer wieder auf der Situation ein, die du und ich einfach kennen, die bei uns im Spiel häufiger vorkommen und mit denen wir im Spiel mehr Punkte gewinnen können. Wir gehen rein in die Analyse, schauen, das ist ein zweiter Aufschlag, der auf die Vorhand kommt. Erstmal Return, ja gar nicht so lang gespielt, kommt ein bisschen weiter als die Aufschlaglinie. Ball mit der Rückhand attackiert, er steht hinten schon im Feld und im Grunde genommen hat er es ganz gut gesehen, dass hier vorne der Spieler weit hinter der Grundlinie steht und der jetzt mit der Rückhand aktiv wird. Und der entscheidende Punkt ist, oder der entscheidende Schlag, den er jetzt hier an der Stelle durchführt, dass er versucht, den Ball sehr kurz zu haben. Also immer ein guter Tipp, wenn der Gegner nach vorne kommt, das ist genau die Strategie, die wir uns adaptieren müssen, dass man, wenn man attackiert wird, gar nicht groß versucht, hier groß außen am Spieler vorbeizugehen oder die Option, die wir im letzten Video schon einmal angesprochen haben, sondern man versucht wirklich ganz klar, den Gegner mit in den Punkt mit reinzunehmen und ihm zu einem schweren Volley zu spielen. Und man zieht in dem Sinne ja immer auf die Füße, sodass ja das passiert, was wir jetzt im Folgenden weiterhin sehen, dass er nicht den Ball einfach von oben nach unten wegmachen kann und durchlaufen kann, sondern er muss abstoppen seine Bewegung, den Ball als Halbvolley oder zumindest so spielen, dass er den Ball ja über das Netz anheben muss. Hier sieht man Halbvolley, er kann da keinen, ja wirklichen Druck hinter machen, er kann den Ball nur anheben und hebt den Ball jetzt so an, dass der untere Spieler ja aus der Defensive kommen kann und jetzt hier eigentlich die Wahl hat, so, wo möchtest du denn hinhaben, soll ich den hier vorbeispielen oder soll ich den hier vorbeispielen? Und das sind genau die Situationen, wo man aus einer defensiven Grundordnung oder defensiven Situation in die Offensive wechseln kann und die du auch in deinen Spielen mit einbringen solltest. Also merke dir auf jeden Fall, dass du nicht immer nur krampfhaft versuchst, ja am Gegner, den Gegner zu passieren, sondern nimm ihn ruhig mit in das Spiel und sorg dafür, dass du dann in eine bessere Position kommst und genau das Entscheidende ist dann, wenn der Gegner hier nach vorne kommt, ruhig zu bleiben, du weißt, was du zu tun hast, ich versuche ihn mit in den Punkt reinzunehmen, sodass er den Ball anheben muss und versuche dann selber wieder zurück in den Punkt reinzukommen. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo da und dann hilfst du uns natürlich hier auf dem Kanal beim Wachsen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video wieder.